Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Yakuza. Oh, mein Name. Bekämpfung am Ende mit euch. Nummer 1 ist weg, würde ich sagen, hm? Was, was ich noch mit dir mache? Lass da. In your face. Noch jemand? Was, was ich jetzt mit dir mache? Lass da. Jetzt hast du auch keinen Bock mehr. Scheiß Angeber. Ja, 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 entschuldige dich nicht. Ah, Kiri-san, get time for us to search. What should I hand over? Pocket issues. How about this? This is about as safe as it gets. Ja. Wir werden gute Freunde, hm? Und selbst wenn ich mal was dabei habe, dann sagt der, oh, okay. Okay, okay. Hoffe ich mal, dass er dann locker ist. Klong. Könntest du hier mit mir schlagen, Mann? Wir fetzen uns hier auf der Straße. Was ist los? Oh. Ah, ja. Komm her, Junge. Okay, also ganz normale Dialog, sorry. Oha. Länderwechsel. Oh, ich bin schnell aufstehen. Ich bin jetzt offen. Ich muss gerade mal rauslassen. Oha. Wechsel. Glücklich. Okay, es ist sehr eng. Ich habe nur ein aus- Ich habe nur ausschreitendes Kugel gerade. Ich würde gerne aufstehen, danke. Ich kann halt irgendwie nicht so ganz auswählen. Sehr schön. Uah. Uah. Das Problem ist, so wie sie, die haben alles Ziele, mit denen ich nicht gerade so gut schlafe. So. Darf ich dich mal kurz nehmen? Und ich will mal kurz zeigen, wo der Froschlauch hat. Und du? Weißt du, was ich von dir halte? Das war's. Okay, jetzt geht's ein bisschen besser. Okay, ich bin halt nur gegen diese großen Okay. Trap, was die Leute. Ich bin gerade nicht so ganz auf dieser engen Straße geworden. Da bräuchte ich halt auch einen Stil, der recht straight geht. Get over here. Das kommt zum Kampf, natürlich. Na, komm, Jungs. So, so. So, jetzt hast du keinen Bock mehr? Soll ich dir zeigen, was ich davon halte? Ich hoffe, dir geht's noch gut. Noch jemand hier? Ah, man kann's auch machen. Stimmt. Das war der Punkt. Tja. Ich kann dir noch was zeigen. Den Boden kann ich dir zeigen. Okay, ich vergesse so einige Moves, leider. Da hinten. Moment, was ich gerne machen würde, ist einmal Tafnas ersetzen zu nehmen. Ah, ich bräuchte noch aus. Also, jetzt geht's mir besser. Jetzt kann ich auch besser kämpfen. Und hier sind die Jungs von Mädels. Jungs, oder? Ja, wo schließlich Jungs anscheinend. Ich hab's gerade getrunken. Oh, ich hab's getrunken. Wollt grad was zu Ende trinken Jetzt schnacken wir mal die Okay Okay. Ah, klar. Okay. Komm. Dann sag an, was willst du? Ich, äh, die Tür, ne? Äh, ich brauche einen. Ich vergesse es sonst. Sag an, Junge. Sake. Stink normaler Sake. Oh, äh, das ist unglaublich. Okay, Sake, hm? Okay, ein Sake. Ein Stink normaler Sake. Kann ich mit dir reden? Danke. Champagne. Alter, komm. Champagne. Champagne. Awfully fancy choice. Christmas. Ah. Ich denke, es ist die Zeit des Jahres. Champagne. Wir haben wahrscheinlich schon mit Donkyshop. Das ist echt so. Äh. Ich habe nicht erwartet, einen freer Drink. Lafter ist groß. Ich erzähle dir. Oh, und ich habe Whisky hart. Whisky. Whisky. Got it. Oh, sicher, es ist Scotch. Okay. Es muss ein Scotch sein. Okay. Hm. Ah, jetzt ist es so gut. Ein Klamm hier. Beer. Hey, after all I talk, I was just being fancier. Yeah, well. There's just no beating a beer at the end. What job? What job? Whoa, you almost got me there. Nope, first beer. Okay. Blablabla. Okay. Beer. Beer. For me. Sweet potato show. Potato. Sure. Are you crazy? Sweet potato. Sure. Sweet potato is the only sure you're drinking. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Ich überspringe das gerade mal, weil das ist jetzt nicht so relevant, glaube ich. So, das heißt, jetzt müssen wir einkaufen gehen. Jetzt müssen wir echt einkaufen gehen. Jo, eigentlich gleich. Hier ist schon ein Laden raus. Was? Ah, okay. Moment. Ähm. Ach, da ist der erste. Ne, das ist, das ist doch was ganz anderes. Da unten. Hallo, hallo. Mit der Hände. Ah, das kommt zur Schlägerei. Pass auf. Wer will Schlägerei? Hier wohl Schlägerei. Ja, dann komm auf die Straße, Alter. Dann die Quentin. Kein Bock mehr, ha? Gangster. Gangster. Von heute. Ich sag euch. I won't do this again. Ja, ja, ja. Du nicht so. Hm, hm? Denk ich mir auch gerade, hm? What's this line for? If something serious, I should ask round. Ach, das ist wieder so ne Substory. Okay. Wir gehen erstmal rein. Vielleicht haben die hier alles, was wir brauchen. Welcome to Donkeyshot. Okay. Of course. Also, ich brauche... Okay. Ernsthaft haben die... Das ist nicht deren Ernst. Die haben eh die ganzen Lizenzen, oder was? Leckig. Oh Gott. Okay. Rubberfram. Kost 5. Okay. Okay. Ich bin gerade bisschen überrascht. Gentleman's Umbrella. Aber... Karlsberg ist... Bier. Einfach... Ich hoffe, der will nur Bier. Bier scheinmal. Jetzt müssen wir noch gucken. Ähm... Ich habe ihm einen Karlsberg mitgebracht. Ähm... mit Effective Against All. Das ist Malt-Spie, ey. Okay. Ansonsten hat er nichts. Ich ignoriere mal so ein paar Sub-Stories gerade. Aber das ist okay. Ich hoffe, wir können die noch mal machen. Das wäre furchtbar, wenn nicht. Das wäre echt furchtbar. So. Also, jetzt müssen wir uns im nächsten Shop. Na, haben wir die anderen? Haben wir den anderen auch noch? Ne, der ist... Ne, der ist da. Ich hätte schon gedacht, ich müsste... Aber die Sub-Stories will ich später mal machen. Also, wir haben Champagne, Bier... Und... Champagne und Bier einfach. Okay. Willkommen. Dann... Brauchen wir... Malz, Kakubin, Boys... Scotch Whisky. Okay. Willkommen. Dann fehlen uns noch zwei Sachen. Uns fehlt Sake. Einfach stinknormaler Sake anfang. Ähm... Das Barley Shoufu. Sweet Potato Shoufu. Ich gehe in Japan. Okay, der hat sonst nichts. Ähm... Ich nehme mal Sushi-Sets mit. Ha! Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe nur noch Platz für das, was wir da brauchen. Okay. Also, wir haben jetzt zwei. Ähm... Uns fehlt, wie gesagt, Sake... Und dieser Protato Shou. Und jetzt ist die Frage, wo könnten wir noch sowas finden? Und... Kamerutsche... Der vielleicht... Ich weiß es nicht. Oho... Oho... Various-Items. Oho... 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 Nicht, dass ihr euch wundet, ne? Ich kauf das mal. Wir haben genügend Geld. Have a good day. Jetzt... Können wir auch mal gucken. Wir haben auch eine Waffe. Also... Die Metal Bat ist zwar cool, aber ich will das... Kamera haben. Sorry. Weil ich auch in echt hier eins habe. Vielleicht deswegen. Moment. Das ist okay. Dann wechseln wir mit dem Black Belt. Dann haben wir das... Um... Reducing, you know. Kerbal String and Throwing. Oho... Krass. Judo. Restoring your health while you stand... Okay. Und try to take it from by force. Your financial luck is likely. Das war... Das war nicht schlecht. Wobei wir jetzt genug Leben haben. Ah... Dann nehmen wir das da. Weil wir werfen in letzter Zeit doch ein bisschen gerne. Ja, voll jetzt mal Waffe. Geil. Okay. Es lohnt sich in die Geschäfte zu gehen tatsächlich. Das haben wir nicht gemacht sonst. Ähm... Wo ist der nächste Laden? Ähm... Das ist der Schrein. Kentucky Drugs. Ich versuch mal dahin zu gehen. Ich bin gespannt wie es ist mit der... Mit so einer normalen Waffe zu kämpfen. Was ist das denn von einem... Oh, sorry. Ja guck mal dahin. Mit so einer normalen Waffe zu gehen. Ja, okay komm. Fetzen wir uns mal. Okay. Ich kann nach die Waffe reden. Die ist... neu und allzugleich. Das ist meine Meinung. Okay, jetzt werfen. Ich konnte mal werfen, das ist geil. Okay, wir machen es nicht so schade. Oh, oh. Okay, also der eine Typ scheint hier gut zu sein. Ja, ganz vorne. Okay. Also ich finde das cool gemacht tatsächlich. Weil jetzt werden erste Shops eingeführt. Das finde ich so cool. Ja, Enter. Das ist das Enter. Drugs gibt es hier anscheinend. So heißt es zumindest. Das sieht man nach einem... Was ist das denn? Was ist das denn? Taftnis Imperial Real Effect when you need a signal von Half-Boss. Krass. Okay. Okay, aber hier finden wir das nicht aus. Wir suchen also kein Alkohol. Jetzt müssen wir nochmal weiter gucken. Sehr. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Also hier gibt es noch Popo Kei-Tagechi, Store Branch. Gibt es hier noch was? Nee, nee, nee. Außer hier an der Ecke. Kamurucho, Kamurucho. Also dann laufen wir hier lang und dann gleich rechts hoch. Okay, jetzt haben wir auch eine Waffe, eine Katana. Ah, Katana! Und damit können wir auch Leute verprügeln eigentlich. Wir bekommen auch anscheinend irgendwann eine Waffe. Was, bist du noch nicht? Ja, komm. Wir fetzen uns jetzt, ihr Gauchos. Außer, was meine Meinung ist. Die hier. Aua. Okay, krass. Einen von euch habe ich schon mal. Einen zweifel von euch auch. Oh, der hat ein Messer. Oh, der hat ein Messer. Nicht schlecht, aber schlecht. Das Problem ist, das Messer tut echt weh. Ich muss ein bisschen schneller ranziehen. Dass er das nicht... Okay, der ist weg. Was war denn das? Ja, ja. Wir bekommen immer ein bisschen Leben dazu. Das war bei dem... Bei den Sachbetrinkern. Moment, wir nehmen mal kurz was zu trinken. Oder zu essen. Das hier. Ah. Gut Leben. Gute Leben. Versuchen wir mal gucken. Hier gibt es Essen. Wo ist denn der Store? Der Store ist da hinten. Ist der hier schon? Oder noch ein zweiter? Der ist noch ein zweiter. Das ist früher. Oh, die sieht schön aus. Okay, vorsichtig. Die haben jetzt halt auch Waffen. Das... Ja, ja. Ist ja gut. Die sehe ich auch. Wir können uns auch gerne im Laden prübeln. Also ich brauche noch zwei Sachen. Saka und dieses... Kamarucho. Ich habe es einmal richtig gemacht. Jetzt mache ich es gleich wieder falsch. Ich habe gerade nämlich noch auf dem Zettel geguckt. Dann habe ich gemerkt, da steht irgendwas. Das war ja dieses andere, was wir gebraucht haben. Okay, wir gucken mal unten. Dann haben wir zumindest alles bei uns. Okay. Das... Der letzte Laden ist eh auf dem Weg dann. Also hier. Okay. Also als Runa. Als Runa hier. Als Runa. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Ich hoffe, ich muss mich noch mal prübeln. Dann passt auch wieder rein. Ich würde gerne einfach nur da runter. Oh, der noch. Ja, ich glaube natürlich direkt zu den Ghoons. So. Einer ist schon tot. Okay. Ach, ich wollte eigentlich loswerden. Ja, jetzt. Warum geht das nicht so? Okay. Ich brauche einen schnellen Stil bei dem. Okay. Okay. Das ist irgendwie. Okay, der eine, den kann ich halt nicht so umhauen. Okay, der eine ist K. Okay. Jetzt kann ich den Stil wechseln, ohne dass ich den Schluss lösen brauche. Na komm hoch. Okay, da ist er weg. Okay. Okay. Das Problem war halt auch, ich habe mich halt auch eine Zeit lang super verprügeln lassen. Eieieieieieiei. Nicht, dass ich hier noch eines Tages wegen so einer Scheiß draufgehe. Hallo. Ich würde gerne Sonotori, nee. Sweet Potato Sugar. Ich habe, glaube ich, jetzt jeden Laden kennengelernt. Oh. Hm? Hm? Uh, I just started working here, so... Uh... I guess it takes a while to get used to it and learn about all the different products. Well, good luck. Thank you, sir. You're much kinder than you look. Oi. I, um... What kind of look do I have, then? I'm sorry. Hey, don't worry about it. It's just fun. My name is Mio. If you come here often, we'll be seeing Ichi. I have a lot, so I thought I should introduce myself. Nice to meet you, Mio. Thank you. Aha. This could be a beginning of a friendship with Mio. Interacting with her will gradually fill the friendship garage. You can check the stadiums. Okay. Um, but... Das kennen wir ja schon. Das haben wir ja auch zu dem... Zu der Wache da. Was gar nicht immer so schlecht wird. Okay. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Wir gehen raus. Und gehen zu unserem Saufkumpan. Und lösen den mal was rein. Ich muss mich hier grad mal richtig rein. Hey, Leute. Sacky. Sack, you ordered. Yo. Ah, beautiful. This is the only Sauf that got me bust. You're the best man. Okay. Wenn es dir hilft. Der Wache Champagner. Here's the Champagne. You'll have to know Santa for the next bottle. Merry Christmas. Was? Scotch Whiskey. What's in Scotcharm? Here. This one is yours. Scotch. Hohohoho. It pays to us, I guess. Ah, tonight's gonna be a fun one. Okay. So, you know. This book comes to number sweet potato Joe. Joe. Here's that sweet potato Joe you've been waiting for. Nice. Now let's induct you into the club of connoisseurs, kid. Thanks, but I'm not drinking tonight. What? You got the wrong attitude, kid. When an elder offers you a drink, you drink it. It doesn't matter if you're a fever weight. That's the rules if you want to get ahead. Back when I was businessman. Das ist leider wahr. Man muss mit trinken und das erst recht in Japan. What should I hand over? Carl's bag. Here in the Carl's bag, also. Here is your beer. Du hast nur gesagt Bier. Oh, perfect. In fact, you're a distant guy for a kid your age. Okay. Now we've done it. What happens now? Booze reading is the water of life. This one is. This way you can talk much. Good. In the case of coffee, I tired of two. You're fine with the trust. You're fine with the language. Yeah. I'm fine. It's fine. I don't know what our people know. I don't think it's worth thinking. You've been doing this business. You've been doing this business with a farm? Ich habe die Zuhörl-Geräusche einen Tag vorhanden mit einem neuen Betracht. Ich habe das Ganze nur unter anderem Geschenkart. Das ist ein einfaches Wettbewerb. Ich habe auch schon gewonnen, und dann habe ich einen Tag mit einem Tag bekommen. Ich habe einen Tag vorhanden. Ich habe auch einen anderen Tag vorhanden. Ich habe die Zuhörl-Geräusche überlegt. Ich habe auch vier Zeit gesehen, weil ich noch keine Zuhörl-Geräusche habe. Vielleicht weiß ich auch nicht. Was soll ich wissen? Ich habe das noch nie gehört. Ich weiß, wie ich euch das? Was das Bist du bist, von der Tatjana Furtstag? Oh, ich bin mir jetzt schon. Genau, wir werden auch bei der Tatjana Furtstag auch bei den Tatjana. Wir werden auch bei der Tatjana Furtstag. Wir werden jetzt auch bei der Tatjana Furtstag auch bei der Tatjana Furtstag. Ich weiß nicht, ob ich das Geld verabschiedet habe, aber es ist egal. Ich verstehe. Ich muss noch ein paar Fragen stellen. Da gibt es einen Ort, wo die Leute in der Tatjubana-Felden sind? Ja, das ist ein Champions League. Man sieht sehr gut aus. In diesem Bereich ist jetzt eine Mekka-Felden. Ich glaube, es ist nur ein kleines Mord. Wenn ich die Leute aus dem Weg rausgehe, dann kann ich die Geld auch nicht mehr so hoch sein. Ich glaube, dass die Leute aus dem Spiel zu verabschieden sind. Ich glaube, es ist nur ein paar Leute aus dem Spiel. Ich glaube, dass die Leute aus dem Spiel zu verabschieden sind. Ja, das stimmt. Ich bin nicht sicher. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020